Hallo meine Freunde, heute geht es um einen echten Klassiker von Apogee und Remedy. Es geht um Death Rally aus dem Jahre 1995, 1996, also gut schon 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert alt. Und als ich jung war, gab es dafür eine Demo, die fand ich so geil, weil man die endlos spielen konnte. Ich zeige euch auch gleich die Bedingungen, bis wo man spielen konnte. Ja, war auf jeden Fall ein Megaspiel und das gab es jetzt für 5 Euro bei Steam, da habe ich mal zugeschlagen. Wir starten auch direkt ein neues Game. Hier können wir uns links einen Fahrer aussuchen, oder eine Fahrerin. Oh, Typ mit coolen Haaren, Typ mit coolen Haaren, Frau mit coolen Haaren, Typ mit Mütze, Typ mit sonnendrille und coolen Haaren. Sonnendrille, coole Haare und dunkel. Oh, hart gebräut, den nehmen wir glaube ich, aber er sieht aus wie ein Westernheld. Ähm, coole Haare, Megahare. Tussi mit Megaharen. Ähm, ja. Jukjuke. Hübsche Frau. Oh nein, hier, unser Westernheld, das bin ich. Ja, bin ich, der Westernheld. Wir können auch die Farbe des Autos bestimmen. Von rot, bis, also blau, grün, bis rot. Ähm, ja. Unser Auto wird mal so gelb. Gelb ist eine schöne Farbe. Eigentlich schmeckt es lieber orange. Unser Auto wird orange. Also, es gibt sechs verschiedene Autos, die man kaufen kann. Ach ja, wir brauchen jetzt noch ein Difficulty. Da ich sehr schlecht in solchen Spielen bin, machen wir mal Speedmax, wie wir sie den einfachsten. Und dann kommen wir hier auch schon zur Auswahl. Leicht, mittel oder hart. Wir nehmen für den Anfang leicht. Natürlich, wir haben das schlechteste Auto. Ja, und hier sieht man die Leute, die sich dazu angewählt haben. Huch, jetzt hab ich den Knopf gedrückt. Bogus Bill, McDare und Cherstone. Ähm, pam, 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 pam. Ich muss erstmal ein bisschen was reinkommen. Also, der kleine ochrofische Wagen sind wir. So, und ihr seht, es gibt verschiedene Wagen. Es gibt einmal diese Pickup Trucks. Ich fahr erstmal hier hinten, damit ich nicht so hart, äh, gemopst werde. denn man kann ja auch sterben aber das kostet Geld so, dann habe ich doch gesehen irgendwer hat einen Minen dabei hier die Shairstone die wir möglichst schnell überholen sollten jetzt komme ich hier nicht vorbei also oben links seht ihr wie schnell ich fahre, da drunter das grüne ist meine Turboanzeige der lebt sich ganz langsam auf und das gelbe sind meine MGs ich kann mal hier mit den Dinger wieder auf ich will sich die MGs zeigen kacke so ja, gut, final lap, go for it I tried to go for it ah, Mist hätte ich doch nicht die MGs gezeigt wie die funktioniert ja, zack zack, soo aber wir haben es hier nochmal geschafft soo also wie gesagt, Mg wollte ich euch zeigen, man kann nämlich diese Menschen, die da rumstehen kann man nämlich auch abschießen denn wenn man die überfährt, gibt es 1% Damage ihr seht links, ich habe 48% Damage und darunter Bogus Bild, dieser graue Balken das ist, ähm, der Held, den das Auto von ihm noch hat genauso wie er mit der oder Chairstone ihr seht, die sind alle ziemlich abgewrackt früher oder später wird auch eins brennen so, jetzt sehen wir hier diese Punkte ja, im Medium Race gibt es halt für den ersten Platz 5 Punkte im Hard Race gibt es für den ersten Platz 10 Punkte es gibt 20 Fahrer, nur 12 können jeweils teilnehmen ja, und wenn wir viel mitmachen dann geht's los so, jetzt sind wir hier im Shop wir werden einfach anfangen und jedes Auto voll durchstylen einmal es gibt Armor es gibt Engines und es gibt Tires es gibt Tires ich glaube, zweimal mehr gibt es nicht und reparieren ja, man kriegt dann leckere Reifen mit dem 4 Zylinder Motor können wir bis zu 60 fahren so, und dann als nächstes kommt der Schwarz ach ja, genau hier oben zeige ich euch gleich die Autos, die es noch gibt ähm danach kommt der Schwarzmacht aber jetzt zeigen wir erstmal die Autos es gibt hier den guten Dervish das war dieses Auto, was gerade die anderen beiden gefahren haben Cherstow und McBear ähm den Sentinel und da war bei der Demo Schluss das war das beste Auto, was man kaufen konnte und danach kommt der Shrieker das sieht mehr so aus wie eine Corvette, würde ich mal behaupten der Race das ist wahrscheinlich ein Porsche und der Deliverator das ist das härteste der Harden da müssen wir mal gucken, wie weit wir wie lange kommen ähm kann bis 160 fahren und wir fahren gerade 55 ne, also das Spiel wird auch schneller dann mit der Zeit so, jetzt gehen wir weiter gerade mal zum, äh zum Underground Market hier kann man sich Geld leihen ne, äh, hier möchtest du also 1500 jetzt leihen du bezahlst dann aber später 2250 dadurch, dass es für den Sieg 750 Dollar gibt total unerheblich für uns über Kettel hält Minen Spikes Rocket Fuel oder ein Auto sabotieren Rocket Fuel ähm super schnell einziges Problem ist man verliert dabei äh Health Spikes kann man sich vorne ans Auto machen wenn man damit rammt tut das richtig weh und Minen das sind die Dinger die man hinter sich legen kann brauchen wir aber alles nicht so wir gucken mal wer so mitfährt wenn Schlechte hier in Downtown mitfahrt ist das unsere Chance da mal richtig Geld zu gewinnen ach komm wir legen es nicht drauf an extra 1000 Dollar ähm achso du musst da irgendwas Pillen rauffangen aber du musst Erster werden ich darf es mal probieren Iron John fährt mit mit der schon wieder ein Sharestone oh und wer hat denn jetzt ein Rocket Fuel ok hier Pilzen sollte man nicht einsammeln danach ist da sind die Pilzen ok soweit jetzt bis sie sich hier unten aufgeschossen haben kann ich die nämlich gleich schon mal überholen das sind die und 's und rammt sind die j Cup aber sind die lustige kinder waffe geht auf er geht auf er Das war mal drin. Wir haben wieder gewonnen, vielleicht sieht man das Total Income, unser Geld, wieviel wir gefahren sind und wieviel wir gewonnen haben. Ja, kriegen wir nochmal 1000 Dollar zusätzlich. So, also entweder... 15 Dollar haben wir zu wenig. Okay, wir werden doch hier alles upgraden ins Maximum. Wow! Oh, Bonnie, das ist eine schöne Strecke. Toxic Dump kenne ich gar nicht. Weil ich eigentlich nur die Demo kenne. Die habe ich halt wie gesagt wie irre gespielt als ich klein war. So, schon wieder Asher Stone. Und Iron John. Diesmal ist Diesel Joe dabei. Ach Leute, ich würde nur auf Seite fahren, damit ihr euch kaputt schießen könnt. Oh, irgendwer hat wieder... Wie ihr seht, ich sammle hier mal die Power-Ups zwischendurch auf. Man bekommt nämlich auch Zusatzgeld, wenn man mit 0% Schaden durchkommt. Und erster Rennen. Und erster Rennen. Aber wenn ich das richtig sehe, hat einfach jeder diese kackten Linien dabei sich. So. Ich wollte gerade sagen, wenn man erster ist, kann man schon nie rein fahren. Ich muss aber auch erster sein. Der Wagen von dem ist viel schneller als meiner. Oh, Share Stone, das passt platt. Weht ihr da links? Anzeige. Wenn man mal irgendwo reinfährt. Put! Das ist ja ein Reparatur-Kids. Einmal brauchen wir hinterher nicht an, Reparatur zu bezahlen. Und was soll ich dazu sagen? A new lab record. A new lab record. Ihr habt es gerade gehört. Und lieber jemand schneller auf dieser Strecke unterwegs als ich. Ha! So, traumhaft. Drei Rennen, drei gewonnen. Eigentlich hätten wir, glaube ich, einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen sollen. Ja, 600 extra Bucks. Gucken wir mal gerade, wir sind hier 205 Dollar short. Und jetzt sind wir 203 Dollar short. Also Auto komplett repariert ist Mehrwert. Das heißt, nach dem nächsten Rennen, wenn es so weiter läuft für uns, können wir uns ein neues kaufen. Oh, Velodrome ist auch eine schöne Strecke. Oh, Velodrome ist auch eine schöne Strecke. Na also klar, es gibt sechs Autos. Die ersten beiden Autos sind halt am besten für easy geeignet. Die nächsten beiden Autos für medium. Die letzten beiden Autos für besonders schwer. Mit der Autos ist das so ein Messer. Wieder diese Menü. Ah, so, es war für den Mien. Oh, final lap, go for it. Nein, oh nein. Ha, aber noch zweiter geworden. Traumhaft. Ihr konntet es nicht sehen, aber voller Begeisterung habe ich meine Arme nach oben gerissen. 18. Wer klettern immer weiter nach oben, Ziel ist es natürlich erster zu sein. Und jetzt holen wir uns den Dervish. Ja. Wir können wieder eine andere Farbe auswählen. Giftgrün. Hier wird dann automatisch das nächste Auto ausgewählt, was wir uns demnächst dann kaufen können. Armored Tires Engine wie gehabt. So, jetzt gucken wir mal. Wenn ich hier von Anfang an wüsste. Ja, ich weiß. Aber Susie Stock, Chairstone, kann ich beide schlagen. Levi's wird ein bisschen was Problem. Oh, das ist aber eine interessante Strecke. Oh, okay. Wir sind jetzt in dieser Levi's, aber auch ein knallhartes Auto. Den werden wir nicht mal eben hießen können. Also unser Ziel muss auch ein bisschen was machen. Aber wirklich. Wer was für Klassiker üblich hat, Romben Das Spiel macht super viel Laune. Ihr seht, eine Schwierigkeitsstufe weiter mit dem. Wenn wir 5 Runden schnappieren. Zack, so wie Start ist. Raus, das heißt wir werden auf jeden Fall Dritter. Oh, Cher Stone? Ne, wie war es der Typ da vorne? Ich war gerade etwas verwirrt. Vor allem verwirrt bin ich, dass der Typ da vorne, der schon mega weit weg ist, aber sie können auch später ihre Autos verbessern. Das heißt, Cher Stone wird nicht immer mit diesen... Wie heißt unser Auto denn nochmal? Dervish? Nein, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall nicht immer mit dem Auto umfahren. Wir sind irgendwann ein Sentinel bekommen oder später auch ein... Ja. Ein wieder das nächste Auto, als heißt Auto, kommt. Nein! Oh, da wollte ich zu viel. Oh, da... Das ist ein Pilz. Schade. Dritter. Mal gucken, wie viel es für den dritten Platz gibt. Also ein Pilze nicht reinfahren. Wraithin kam 375 Dollar, das ist ja gar nichts. Aber wir könnten einen dickeren Armor dafür kaufen. Dann fahren wir noch ein Rennen und dann machen wir mal Pause. Machen wir Desert Run oder nochmal Rock Zone? Rock Zone sind 757 Dollar, wahrscheinlich sicher. Komm, ja. Susie Stock und Iron John können wir besiegen. Komm, ja. Susie Stock und Iron John können wir besiegen. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 5. 7. die Rays hatten, diese fette Autos, oder wie heißt es, Devastator. Und ist klar, wenn man nur die Central maximal haben kann, soll man irgendwann aufgeschossen werden. Können wir noch ein bisschen zum Hintergrund, und schon Power-Up ein. Ja, ich hab gesagt, du musst auch Gegenseitze schießen, nicht mich. Oh, guck mal, das sind alle kaputt. Ha, Levi's hat sich selber kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, warte mal, Levi's hat nicht mehr viel. Und dafür gibt's nochmal extra Geld. Und wir sind die einzelnen, die Punkte bekommen haben. Wenn du ein Ziel bekommst, bekommst du auch keine Punkte. Ha! So, heißt Rays Income, 3.000 Dollar. Plus 1.000 Dollar Bonus für uns. 1.000 Dollar für alles. Und da wären wir, glaub ich, auch schon am Ende dieser Episode. Obwohl, wir können doch ein Rennen fahren, ne? Wie lang ist sie jetzt? Ich hab mich auf die Uhr geguckt, 20 Minuten. Komm, wir gehen direkt rein da. Zack, Dark Rider, besiegen wir auch. Da hinten, was wollen wir mit Bogus Bill und Luffy? Die Lu. So. Pah, diese Joe, was bildet der sich ein? In meinem Terrat zu bildern. Wir werden uns auch später, wenn wir in Geld schwimmen, werden wir uns auch mal alle Sachen kaufen. Also alle, ähm, Schwarzmarktartikel, damit ich mal zeigen kann. Aber aktuell ist natürlich, äh, der Fokus gerichtet auf das größtmöglichen Erfolg. Zack. Dies war der erste Streich. Oh, jetzt schießt er etwas zu Wüster. Alles gut, aber der dauert noch eine komplette... Oh. 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 hat nur drei geholt. Die Flasche. Hier und da oben Jane Honda, Duke Nukem, Sam Speed und Nasty Nick werden es unter sich ausmachen. Genauso wie Mad Mac. Also man sieht der siebte Platz. Clint West hatte das Auto der Viererstufe, diesen Corvette. Und da drüber die haben alle Porsche. So. Beziehungsweise den Devastator. Und noch ein Rennen. Aber danach ist Schluss. Zack. Downtown. Egal wer mitfährt. Also ihr seht das Easy Rennen ist härter besetzt als das Mittelrennen. Im Hard Race haben wir überhaupt keine Chance. Also nö. Aber hier ist im Prinzip nur Dark Rider der erste ist wieder Platz. So. Der erste ist wieder Platz. So. 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 erster geworden ach guck mal das zieht sogar noch prozente der mensch ab wenn man durchgefahren ist 15er schon ja 1000 dollar extra das heißt wir können den sentinel kaufen warte 1780 dollar liefern und so was hat er dann 60 dollar unsere farbe Für tausend Dollar können wir sonst Armor upgraden, ähm, ja, und wir Quicksafen jetzt. So, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Death Rally, da können wir ein paar Klassikerspielen, ach, ein wunderschönes Spiel, ich weiß nicht, ob es dafür, äh, überhaupt Interessenten gibt, aber ich liebe ja so Klassiker. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns das nächste Mal bei JavikTV. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und abonniert doch mal, da unten ist irgendwo so ein Button. Tschüss.